Verliert ihr die Breite? Dann zahlt ihr das Komponente! Ich bin dein Tod! Schießt! Der große da drüben! Jetzt den kleinen Stirm! Ich hab' ihn getroffen! Er hat eine Treppe! Warum trennen wir keine Ahnung? Hast du alles zwar gut? Ich kann es nicht, ich beschlüge dich doch! Ich werde beschossen! Geht zu viel, ich hab's getan! Ich hab' ihn bekommen! Verritete, Geld. Geht zu viel, ich habe mit Fug! Ich hab' ihn bekommen! Ich hab' ihn bekommen! Wangen wir mit uns hinbekommen! Ich bin ein Blut! Rezept! Was ist denn? Musik Die Knochen in seiner Rüstung brechen. Das ist du bist tot, Mensch. Du und dein ganzes Volk. Ich zerquetsche dich persönlich. Meine Rüstung ist kaputt, aber die war sowieso nur im Weg. Niemand. Hatte die Rüstung. Soll ich für den Spitz. Hatte schon mein Döbelnächeln aufgeregt. Schieße! 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 Keine Gegner entdeckt. Das war's. Das war einfach. Mal sehen, was es hier gibt. Das war's. Die Prüfung. Unseren größten Sieg. Vielleicht waren meine Annahmen falsch. Es gibt offenbar ein neues Problem. Ich muss mehr darüber in Erfahrung bringen, bevor ich es an den Rat herantrage. Okay, dann ans Werk. Tja, also das könnte wirklich klappen. Oder auch nicht. Was ist los? Ich kann die Sequenz nicht konstruieren. Also nicht komplett. Ich habe nicht genug Daten. Dann besorgen wir mehr. Ich nicht sicher. Haben Sie Familie, Chief? Jemanden besonderen da draußen? Nein. Dann warum tun Sie das? Immer und immer wieder? Ich kann nichts anderes. Was ist mit dir? Hast du jemanden da draußen? Nein. Nicht mehr. Tut mir leid. Es ist so lange her, dass mich irgendwer so etwas gefragt hat. Es wird alles gut. Wir haben den Master Chief hier. Er wird dafür sorgen. Das werden Sie doch, oder? Entschuldigen Sie das. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Wer ist hier? Ich übernehme das. Stopp, stopp, stopp! Das gehört mir! Ob dein Fahrzeug dich schützen wird? Blödes Fahrzeug! Blödes Fähl! Böse ich dich schütze! Ich schütze mich, ich schütze mich. Ich schütze mich. Ich... Ja! Ein Bruder ist gefallen! Komm her! Das ist mein Ring! Meiner! Jetzt bin ich am Zeug! Feindfahrzeuge unterwegs! Das ist schweige, was kleines Netzwerk? Auf der Fall! St做'm der Fall! Oh Oh Schießt Ausgefallen Wo will er hin? Oof 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 Das war's. Todfahrer eingestellt, aus. Sehr hoch, aus. Kranz und Jung gewehrt zusammen. Das ist das gespaltene Tor. Als die Verbanden es errichteten, saßen plötzlich viele unserer Leute in Feindgebiet fest. Es wurde nie eingenommen. Bis heute. Wir schalten den Kontrollpunkt aus. Mir war klar, dass Sie so etwas sagen. Die Sicherheitskonsole ist im Torhaus da. Fallen Sie mit der Tür ins Haus. Du wirst vor mir kowern, Spaten. Jetzt nicht. Lauf! Vite ist hier. Zeit zum Kettel! Oh, was ist das? Oh Gott! Achtung! Das erste Tor ist erledigt. Noch zwei. Die Menschen verleidigen uns mit ihrem Fass. Die Menschen verleidigen uns mit ihrem Fass. Die Menschen verleidigen uns mit ihrem Fass. Gah! Das war's. Was ist das? Lassen wir uns helfen, Chief. Geben wir die Unlässt. Ziel eliminiert. Au! Hör sofort auf! Wir helfen Ihnen, Chief. Sehr gut, Marius. Wer dich tötet, ist ein Held. Du hast dich verrechnet, ich. Das Blatt hat sich wohl gewendet. Ich bin alt mit dir. Ich werde es zu Ende bringen. Danke, man. Danke. Zwei, die sind eh, Sie. Dieser Ort beschäftigt uns noch immer, Brüder. Aufklärer am großen Grad haben beschädigt, dass der Ring große Fortschritte bei der Selbstreparatur macht. Eins ist klar. Wir müssen den Dämon nur lange genug aufhalten, bis der mächtige Ring wieder in Takt und unter unserer Kontrolle ist. Auf ihn müssen wir unsere Kräfte richten. Wenn der Spartan tot ist und er wird sterben, dann steht uns nichts mehr im Weg. Und heißen Sie die Änderung. Das ist vorderlich. Hier soll sie gehen. Auch mit Flügeln wirst du sterben. Das gehört jetzt den Verbanden. Ich töte dich. Ich töte dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020